Jenny Frankhauser, 30, hat in den letzten Wochen ihrer Schwangerschaft viele Beschwerden. Aktuell erwartet sie zusammen mit ihrem Partner Steffen König ihr erstes Kind. Die Influencerin ist voller Vorfreude und hält ihre Community auch ausführlich über die neuesten Entwicklungen rund um ihr Baby auf dem Laufenden. Mittlerweile ist Jenny schon in der 38. Schwangerschaftswoche und ihr Alltag wird immer beschwerlicher. Langsam merke ich, wie mir jede Bewegung schwerer fällt, ich für alles gefühlt dreimal so lange brauche und ich nach nur wenig Aktion sofort kaputt bin. Sagen wir es, wie es ist. Der letzte Monat ist extrem hart, stellte sie auf Instagram klar. Jannis Bauch wachse schnell und spanne sehr. Tägliche Übungswehen und schwere Beine begleiten meinen Tag, berichtete sie. Jedoch wisse die Schwester von Daniela Katzenberger, 35, immer, wofür sie das alles durchsteht. Trotzdem genieße ich jede Sekunde, da mein kleines Wunder in mir wächst. Vor der Geburt mache sich Jenny auch extrem viele Gedanken. Wie werde ich als Mama sein? Werde ich eine gute Mutter sein? Wird die Geburt reibungslos verlaufen? Wie schlimm sind die Schmerzen, zählte sie auf. Dennoch könne die 30-Jährige die Entbindung kaum mehr erwarten. Ich habe echt Angst vor der Geburt und habe mich gleichzeitig noch nie mehr auf etwas gefreut.